Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer Folge Egg Wars. Ja, das ist das erste Mal, dass ich den Spielmodus spiele. Ich hoffe, es gefällt euch, bewertet den Part und so weiter. Und ich würde mal sagen, Niklas, du erklärst mir das jetzt mal. Ja, hallo. Ja, das Prinzip ist relativ ähnlich von so wie Bad Wars, nur dass man jetzt so ein Ei hat. Man kann es auch relativ leicht zerstören, einfach mal so draufschlagen, fertig. Alter, Gold spawnt ja auch richtig oft. Ja, ja, Gold ist auch nicht das wertvollste. Also es gibt Eisenspawner, Goldspawner und dann noch hier irgendwo ein Diamantspawner. Okay, was muss man machen? Also du kannst dir halt mit den Sachen ganz normal wie ein Red Wars auch kaufen. Dann kannst du auch hier, komm, 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 hier rechtsklick drauf, upgraden, dass du dann mit einem schnelleren Intervall die Sachen bekommst. Hier einfach 20 Eisen draufklicken, upgradet, jetzt bekommt man alle 0,75 Sekunden. Okay. Wenn man 20 Gold hat, dann auch... Woran erkennt man, dass man, wie viel man da reingeben muss? Äh, an der XP-Flasche steht da, kostet 20 Gold. Ah, Gold. Ja. Toll, jetzt habe ich schon so viel Eisen. Hier, nimm mal Gold und grade's dann eventuell ab. Sollen wir Gold nicht auch upgraden? Ja, das kann man machen. So, ich hole schon mal Blöcke, ne? Äh, ja, gute Idee. Ich suche gerade immer noch den Diamantspawner bei uns auf der Base. Ich schmeiße, ich schmeiße mal die 64 hin. Wohin muss ich in die Mitte? Ähm, ja, in der Mitte. Wir brauchen 5 Diamanten, damit wir unseren Diamantspawner in der Base aktivieren können. Aber Fast-Bildschirm funktioniert gerade relativ gut für meine Verhältnisse. Oh. Ah, ich habe keine Blöcke mehr. Äh, wo hast du die Blöcke hingetan? Äh. Ich schmeiß einfach hin. So, danke. Hey. Du musst gerade hier zum Einbau umgucken. Ja. Ja, man kann sich... Ah ja, stimmt. Schilder auch kaufen. Beispiel der Babo. Ein Fast-Bildschirm. Nein, ich bin genau in den Baum reingerannt. Gegeben, bist du tot? Nö. Okay. Hier ist ganz, ganz viel Eisen. Sieht so aus, als ob die jetzt rüberkommen wollen. Mehr Eisen. Wo muss man hin, um diesen Dingspawner zu aktivieren? Oh, da unten sind Diamanten. Diamanten. Ja, hol die und komm zurück. Ich habe drei Stück. Nein, ich wurde eingebaut. Fuck. Wir brauchen fünf. Warte, ich... Ich habe fünf. Okay, gut. Aber ich habe keine Waffe. Ich wurde eingebaut. Okay, ich versuche das mal. Ich habe sechs. Ich habe sieben. Ich habe acht. Das ist im Keller, ne? Das weißt du. Ich habe neun. Ja, aber nicht bei uns im Keller, ne? Ne, ne. Aber im Keller von der Mitte. Ich komm. Hol mich hier raus. Ich weiß nicht, ob ich gefahrenlos rauskommen kann. Ich versuche es. Warte. Ich gucke nochmal, ob die nicht bauen. Oh, ich wurde so hoch zugebaut. Okay, ich komm. Ich will nochmal gucken, ob die nicht bauen. Ich werde einfach nur eingebaut. Der will ich kennen. Wenn bin ich das. Ich bin dann damit. Nein. Bubastar. Der ist versteckig. Der ist offline. Alles klar, jung. Es bin element. Eliminated. Okay. Nach Hause. Äh, ja. Wir sind hier im Spaß. Da. Was? Komm, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Wir haben gerade ein kleines Problem. Ein kleines Problem. Okay. Wir könnten zu gelb. Gelb ist niemand mehr. Aber das. Oh, ich habe Hunger. Egal, geh einfach rüber. Ich kann nicht mehr rennen. Äh, warte. Ich renne an dir vorbei und droppe hier erst. Okay, da ist doch jemand. Ach, komm. Nee, ist der Villager. Ach, danke. Okay, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Wie, wie mache ich das Ende-Eye kaputt? Ach so, das ist schon kaputt. Ja, ja. Hier ist niemand. So, komm her. Hier. Hier, Diamanten. Äh. Elf Stück. Ich kaufe einen Bogen und versuche, die abzuschießen. Wahrlich. Bogen, 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 Bogen. Ach, Dias. Wo kriege ich einen Pfeil? Nein. Dahinter. Was ist? Fünf Pfeile, zwei Gold. Oh. So gerade. Ach so, der ist da, der ist da, der ist da. Scheiße. Nee, der hat nicht Kombo. Nee, ich habe keine Pfeile mehr. Das leckt mich doch. Vielleicht habe ich ihn runter. Oh, komm, gut, Kombo. Ah, da ist der zweite. Geh verrecken, geh verrecken, geh verrecken. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Renn weg, wenn du low bist. Fuck. Boah, ich hasse das 1,9er Kampfsystem. Ich habe, ich habe... Stimmt, das gibt es ja auch noch. Fuck. Ich habe einfach nur drauf geballert. Okay, ähm. Jetzt habe ich ein Problem. Ja. Äh, was mache ich? Komm, ich gehe jetzt einfach drauf. Äh, bin ich denn wenigstens Spectator? Ja, ich bin Spectator. Da kann ich deine Sicht mitmachen. Okay. Äh, obwohl nicht, ghoste dich. Achtung, unten ist einer. Aber der ist, der hat nichts bis auf Eisen. Und da kommt ein anderer. Der killt den jetzt. Nee, doch nicht. Ach, das war der, der überlebt hat. Nee. Hä? Da kommt einer von unten. Ach so, du bist oben. Okay. Dann versuche ich jetzt runter zu gehen. Oh, ja. Hier läuft er. Zum Dia-Spawner. Ich gehe mal zu deren Base. Oder? Was sind die für ein Team? Das ist Team Grey. Was haben wir denn da für ein Team? Äh, wo? Ich kann die Teams. Grau. Ach so, da. Hä, wo steht denn das? An einem Helikopter. Ach so, welche Farbe die vorne haben. Okay. Okay, ähm, ich würde unten das Ei hier abbauen. Ach nee, das ist auch schon weg. Hä? Naja, deshalb gehe ich ja zu Grau. Fuck. Aber bei uns ist ein Kreuzchen. Was hat der da? Schwäche. Fuck, der hat mir Schwäche gegeben. Ja, weil unser Ei weg ist. Jaja, aber das Ei von... Ah nee, es gab nie ein Team Grün, ne? Äh, doch, weil die aber schon draußen sind, ist das auch von der Liste weg. Ah. Schlau. Oh, geschafft. Die haben es nicht eingebaut. Ich muss jetzt nur noch 30 Sekunden warten, dann habe ich keine Schwäche mehr. Sehr gut. Er guckt dich auch. Er wartet auch. Er springt runter. Der kriegt es nicht hin. Er baut sich wieder hoch. Wieso? 11 Sekunden Schwäche. Denkt dran, nicht spammen. Ja, ich renne jetzt zu seiner Ei. Zu seiner Ei. Zu seinen Eiern. Ja, nicht. Oh, jetzt ist das Eier los. Ist er jetzt ein Kastrat? Er muss raus sein. Neun hoch. Guck, dass du nicht... Jawoll. Oh, oh yeah. Fuck off. Perfekt. Okay, haben sie hier aktiviert? Ne. Dann aktivier's doch. Ah nee, du brauchst dafür Dias. Ja. Du bist eben mit denen gestorben. Hast du nicht noch was aktiviert? Ne. Ich hatte ja den Bogen gekauft. Das stimmt. Oh, in der Mitte sind jetzt viele Dias. Fünf Stück. Genau. Und ganz viel Eisen. Und niemand ist in der Mitte. Warte, ich mach mal Kettenrüstung am besten. Ich würde in die Mitte laufen. Also einmal zu... Äh... Zu... Keine Ahnung, was es für den ist. Ich glaub Dark Grey. Gelb. Nee. Ich meinte einmal noch rüber. Aber du kannst auch zu gelb zurücklaufen, das stimmt. Ich bin so blöd. Was ist jetzt? Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Was ist jetzt? Was kriegst du nicht? Ich bin zu blöd zum Laufen. Ich bin runtergefallen. Nein. Nein. Ich wollte gerade abspringen, aber dann nicht mal die Ecke so bekommen. Und bin runtergelaufen. Auf. Auf. Das ist mies. Ja. Naja, okay. Mach mal noch eine Runde. Wir sind bei zehn Minuten. Mh... Mh... Okay. Ah, 24 Eisen. Direkter Blöcke. Gönnen. Ja, mach du Blöcke. Ich mach... anderes Zeug. Genau. Hol die einfach nur dir. Ähm... Ich guck, dass niemand von der Seite kommt. Nein! Hier neue Blöcke. Dankeschön. Hier. Hier Eisen. Oh, irgendwie ruckelt es gerade. Bei mir. Okay. Ich hatte nix mehr in der Hand, deswegen bin ich runtergefallen. Schärfes. Wir könnten für 64 Diamanten und Diamantschwertschärfe 5 bekommen. Okay. Moment, für was? Für wie viel? 64. 64 Diamanten. Ich mein, das ist ja auch krass, ne? Mhm. So, ich bin drüben. Hol Diamanten. Come back to me. I am so alone. Eisenschwert mit Schärfes. Diamanten 5 Stück und zurück. Ja, gut, das reicht. Genau. Dann einfach unseren Diamantspawner hier in der Base aktivieren. Nur woher kam ich? Ach da. Hier. Ich warte schon. Nicht runterfallen jetzt. Ist mir passiert. In Bad Wars. Ich hatte so viel Gold und bin dann einfach runtergekraxelt. Okay. So, ach nee, warte. Wo ist der Spawner? Der ist hier. Man kann hier sogar Spektralfeile kaufen. Reiz, Click und. Wir brauchen 10. Oder? Nee, 5. 5. Einfach kaufen können wir hier auch schon. Das geht aber nicht. Oder muss ich auf die Flasche drücken? Auf die Flasche drücken. Ah. Hey. Alle 10 Sekunden. Das ist nicht viel. Besser als nix. Ja. Das ist zwar. Ich hab jetzt vier. Kannst du mal hier irgendwo. Warte, ich mach's selbst. Oh. Oh. Dias. Ein Schild für 10 Dias. Oh. 1. 2. Oh. Okay. 4. 5. 5. Und 6. Und 10 Gold. Und dann haben wir jetzt ganz normal Leder. So. Äh. Dann Waffe. Äh. 5 Eisen. Eine Axt mit. Schärfe 2. Und ein Schwert mit Schärfe 2. Hä. Da ist doch ne. Da ist doch dann ein Schwert viel besser. Äh. Ja, wäre wie vor. Ach, an. Geschwindigkeit ist schnell besser. Aber die Axt macht mehr Damage. Das ist geil. Dann nehm ich mir mal beides. Je nachdem, ob ich schnell gehen muss. Steinschwert. Ich hab mir auch direkt ein Steinschwert kaufen können. Und eine Steinaxt. Okay. So. Ich bin. Warte, was haben wir denn hier für Rüstung? Schutz 5. What the fucker? Ähm. 3DS. Okay, pass auf. Bleib du in der Base. Ich geh mit. Okay. Tools. Eisenpicke für 32. Easy. Ja, noch nicht ganz. Äh. Wieviel brauchen wir dafür? 20 Iron. Das ist nicht viel. Mach ich. Wo war das? Hier unten, ne? Ja, im Keller. Mitte im Keller. Ne, das ist schon... 6 hab ich. Gibt's hier noch irgendwo einen Spawner? Ich glaube nicht. Ich weiß es aber nicht. Verlass dich nicht dran. Ja, hier ist noch einer. Sehr gut. Neun. Neun. Hier war gerade eben jemand. So, ich habe elf Golds. Ich glaube, davon kaufe ich mir eine bessere Chestplate. Mit Schutz 5. Das ist schon mal sehr gut. Äh. Das da rein. Bauen sie sich zu uns rüber. Wer? Ja. Ja, von links, wo ich jetzt gerade... Hier, links. Hier, hallo. Andere Seite. Äh, andere Seite? Ach, da. Ich habe den, wenn er kommt. Nein, ich bin tot. Das war aber auch echt dämlich, dass ich dem hinterher gelaufen bin. Okay, versuch den mal runter zu schlagen. Bitte schnell. Wo ist der denn? Na, habe ihn, habe ihn, habe ihn. Sehr gut, sehr gut. Hauptsache ich einfach gar keine Rüstung anfange. Ich versuche zu feiten. Das war aber auch nötig. Ich hatte nicht... Ich war ja verreckt. So, Schwert. Besseres Schwert. Direkt mal ein Steinschwert. So. Dann. Okay, jetzt. Tools. Für fünf eine Diapicke. Ist eigentlich nicht nötig, aber mache ich trotzdem. So. Dann. Ja, okay, gibt es erst ab zehn. Dann Blöcke. Brauche ich Eisen für. So. Da, zack. So. Ich habe eine Idee. Wir machen uns jetzt einfach schnell ein bisschen Equipment. Crushen. Überall schnell rüberbauen und zerstören. Ja. So. Okay, Rüstung. So. Okay, zehn Gold. Stimmt. Ich vergesse es immer. Der Typ kommt. Wie dort der will Krieg? Ach, jetzt kann er kommen. Ich habe. Ich habe erst mal Lederrüssi. Jetzt kann er kommen. Ja, der baut ab. Okay, warte. Du hast Lederrüstung. Schön, dass du Lederrüstung hast. Ja, finde ich auch. Ich habe da etwas anderes. Das weiß ich. Einen Eisenrüstung. So, dann hole ich mir noch eine Steinachst. So. Okay. Ich hole noch ein paar Dias ab. Dann habe ich. Achso, aus der Mitte oder wo? Nee, von hier. Bis nächste Mal. Okay. Ich glaube, dann gehe ich doch noch mal in die Mitte. Ich mache erst mal noch eine bessere Chest. Ich gehe da mal zu einem Gegner. Fünf Dias. Das kann ich noch machen. Ich kann eigentlich bis jetzt nichts mehr machen. Ich brauche... Wir könnten hier erstens... Stärke drei Bogen. Boah. Spektralpfeiler. Stärke fünf Bogen mit 25 Dias. Scheiße. Ähm. Ich finde es ja nett, dass er mich am... Ach, sag doch, dass du da bist. Was, verstehst du nicht? Unter... Ich gehe. Ja, geil. Der hat, glaube ich, irgendeine Kill-Aura drin. Äh, ist er tot? Ne, der hängt da unten fest. Aber lass mal. Ich kriege dann schneller den Opsi-Block ab. Fuck. Oder guck mal, wie schnell der schlägt. Ja. Komm, ich baue einfach schnell den Opsi-Block. So, ist tot. Sehr gut. Ja, geil. Die haben sich von unserer... Von der anderen... Ist er jetzt ausgeschieben? Oder anderen... Ja, die haben unsere Eier gerade abgebrochen. Mhm. Drauf? Ne, erstmal nicht. Ach, komm, Yolo. Nein. Nicht hin. Dann drauf. Ich möchte jetzt deren Eier zerstören. Haben die den Diaspawner aktiviert? Ne, natürlich nicht. Auge um Auge, Zahn und Zahn. Verstehst du? Ich gehe da jetzt hin. Ja, verstehe ich. Und es ist hoch. Ne, gut. Wo bist du? Bei uns. Okay, ich bin auch wieder da. Achtung. Ne. Äh, ist... Ich bin das. Ach so, ja. Pass auf, die sind ja noch auf dem Weg. Okay. Ich baue mich mal von oben. Ich hole mir noch was Fleisch. So, dann gucke ich mal, ob ich... Dann hole ich mir eine bessere Hose. So. Ich bin schon auf der nächsten Insel. Sehr gut. Ich baue unser Bett noch ein bisschen... Ach, unser Bett. Unser Ei ist weg. Ach, ja. Hm, habe ich vergessen. Okay. Äh. Ja. Was macht man jetzt? T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Ich... Man verbessert den Goldspawner. ja, 10 Gold kriege ich. Cool. So, ich könnte mir jetzt einen mit Stärke 3 Bogen ist das Mindeste, was man haben kann. Kann man sich hier irgendwo eine Kiste kaufen? Ja. Ja, man kann sich Kisten kaufen. Ich brauche dafür aber ein Gold. So, dann tue ich nämlich die wichtigen Sachen da rein. Ich glaube, die verarschen. Die sind gar nicht. Renn nur mal in die Mitte und renn von dem Weg der Mitte. Ja, deshalb tue ich da unsere wichtigen Sachen rein, damit ich davon nichts verliere. Ist ja blöd, der hat gerade seine Goldäpfel rausgeworfen. Oh shit. Hast du sie? Klar. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall eine längere Runde. Ja, ich glaube, ich kriege den. Ich glaube, ich kriege den. Bitte, wenn nicht, dann musst du laufen. Komm, ganz gut, jetzt. Naja, der frisst Goldapfel. Komm, ich kann das auch fressen. Die treibt mich ja mal gar nicht. Oder kaum. Ähm, ich könnte Hilfe gebrauchen. Hier sind gerade zwei Typen. Ja, das geht nicht. Ich bin hier auch... Ich werde sterben. Ich werde so sterben. Wieso? Ich werde so sterben. Oh, jetzt baut der uns auch noch ein, diese... Mongo. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Die links bezahlt auf mich. Nein, 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 nein. Doch, ich bin tot. Fuck. Sorry, das ist schon wecker. Geil. Der Typ hier ist die ganze Zeit Goldäpfel am Fressen und hat bald keine Rüstung mehr, weil ich die kaputt gemacht habe. Oh man, fuck. Aber das war auch wieder so eine ganz gute Runde. Ja. Geh, geh. Ja, ich glaube, dann sage ich mal vielen Dank fürs Schauen und wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr davon wollt, dann like doch mal einfach und bis dann. Ciao.